Das willst du hier auch nicht sehen, liebe Sabine, das ist jetzt alles unscharf, ich gehe mal ein bisschen weg durchs Gitter. Eine kleine Mama, die ist keine 50 Zentimeter, mit wie viel Welten? Drei und sechs Welten. Brav aufgeteilt, auf jeder Seite drei und drei, die jetzt gerade gefüttert werden. Ach Gott, ich sage dir, das ist ein Elend hier, das ist wirklich zum Aus-der-Haut-Fahren. Ich kann das nicht mehr, ich werde das alles nicht mehr sehen. Ehrlich, mir reicht unser Hafen, da weiß ich, dass unsere Hunde, dass es ihnen wirklich gut geht. Vor allem, dass sie ein Zuhause kriegen. Und hier, da weiß ich, dass sie auf die Straße zurückgesetzt werden. Das ist hier der Tierheimalltag in Süditalien. Hilfe, die Mama ist maximal 45 Zentimeter hoch. Na, vielleicht knapp, na, vielleicht 48. Keine Marimane noch gar keine Anfahrt. Keine Marimane noch gar nicht jeden Tag. Finita, auch gar nicht mehr. Ja, eine Gioie. Bon, ist das Wirst. Sie haben erst früh gegeben. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk